Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Squid Game in Billig aka Crab Game zusammen mit Paluten Du hast davon schon eine Folge aufgenommen? Ja, wir sind auch schon in einer Runde Ich musste gerade um mein Leben rennen, aber ich musste auch gleichzeitig Hallo sagen Falls ihr nicht versteht, was hier abgeht Es geht darum, dass wir einfach nur überleben müssen Und ein einziger am Ende übrig bleibt und ganz viel Geld mit nach Hause nehmen kann Was einem dann natürlich auch überwiesen wird Deswegen, ja, werde ich hier nach wahrscheinlich einfach aufhören mit YourTop Weil ich 40 Millionen gewinne Lebst du noch? Ja, ich lebe noch, ich bin hinter dir, Alter Achso, wo denn? Ach da, die Nummer 2 Ich glaube, hier kommt jemand hoch? Ja, ich glaube auch Wir können jetzt schon, okay So, und zwar werde ich einmal ganz kurz über Minekraft reden Auch wenn das ein bisschen stressig ist, aber egal Wir wollen ein neues Minekraftprojekt starten Oder allgemein sind wir immer dran Hin und wieder weitere Projekte irgendwie mal an den Start zu bringen Alter, was geht denn da unten ab? Wie viel Glück haben wir? Und wir brauchen Hilfe Genau, wir brauchen Hilfe Ich blende hier einmal eben eine E-Mail-Adresse ein Da könnt ihr euch melden, falls ihr Programmierer seid Oder auch noch besser Direkt ein ganzes Team habt Was sowas kann Und dann melden wir uns bei euch Oh nein! Nein! Oh! Bitte! Ich bin jung und brauche das Geld! Hallo! Hab's dir gegeben Gibt's irgendwem? Bitte! Ich schaff's nicht mehr! Ich schaff's nicht mehr! Nein, nein, nicht Palette Gibt's irgendwem? Bitte! Ja, ich probier's doch! Ja! Ich hab dich getötet und du warst der Letzte Du hast ihn mir gegeben? Nee Du bist echt Ja, aber Du bist echt ein Griechig Ich teile das Geld mit dir, ja? Ich will kein Geld Ja, bringt ja auch nichts mehr Das ist rotes Licht, grünes Licht Das ist Amperen aus Minnekraft Ah, sehr geil Da muss man einfach Junge, da muss man einfach zack tot Ja, okay, gut Sehr gut Alter, ey, was war das denn? Auch wie viele einfach exploded sind Ja, ja, du musst halt instant stehen bleiben Ich war grad dabei zu erklären Oh, ist das... Nein, oder? Ist das der Gewinner? Nee, da hinten ist auch einer Ja, es sind zwei Leute Nee, okay, da können wir auf jeden Fall noch drin bleiben Mal schauen Irgendeiner schafft es bestimmt nicht Ah, vor allem der hintere ist doch richtig weit weg Kommt denn nur... Einer weiter? Nee, nein, nein Es geht so... Ja, der hat sich bewegt Es geht so lange weiter, bis halt nur noch einer lebt Wie, warum geht's denn noch weiter? Der muss das schaffen? Nee, ja, ja, wahrscheinlich Weil ansonsten hab ich gewonnen Ist das so? Ja Boah, das war aber sehr, sehr schnell Was sollen die Baby-Geräusche? Ich glaub nicht, dass er es schafft Ich glaub nicht an ihn Der wird ja ziemlich gierig Nee, 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 der schafft's Ich glaub, der ist cool Weil er hat auch so hübsche Augen Das stimmt Erinnert mich ein bisschen an dich Oh, da ist er tot Schade, schade Und was steht da jetzt? Jetzt hat einfach keiner gewonnen Ja, einfach... Oh, find ich gut Ja, find ich auch gut Okay, dann starten wir in die nächste Runde Bob Jetzt hast du das Spiel ja verstanden Ja, einmal drücken, bitte Ich hab's schon vorher verstanden Bin trotzdem explodet Ja, nee, das tut mir auch leid, ne Nochmal an dich persönlich Entschuldigung Um das auch nochmal kurz zu erklären Mit dem Minecraft-Projekt Ja Wir hatten ja in der Vergangenheit Schonmal gefragt Und wollten da was aufbauen Das ist dann leider so ein bisschen Im Sande verlaufen Ähm, aber wir haben halt gemerkt Dass wir in der Hinsicht einfach Ähm, Hilfe brauchen Wenn wir Sachen umsetzen wollen Und, ähm, da der Warden sich leider noch Ja, verschiebt Da wollten wir eigentlich was Was drum basteln Ähm, ja, brauchen wir jetzt Bisschen, bisschen Hilfe Okay, was muss ich machen? Ja, aber das ist ja Wieder Bomb-Tech Das ist ja an sich auch egal Weil dann ist es halt Minecraft-Flucht 4 oder 5 Oder so Je nachdem, was da abgeht Ja, das auf jeden Fall Ist aber echt schade Weil da hab ich mich Ultra drauf gefreut Die haben ja die Minen Irgendwie komplett neu gemacht Und dann noch Es gibt Es gibt viel Oh, da unten Viel geilen Kram Ja, chill am besten oben Aber es gibt auch Fallschaden, ne? Du hast unten rechts dein Leben Und das ist, äh, gefährlich dann Boom, join the server Ja, das passt ja Oh, oh, oh Ah, da drüben sehr gut Geht's dir noch gut? Ja, ja, ich bin, ich bin am Leben Ich bin am Leben Wo bist du denn? Ja, es ist einfach cool, wenn wir Ein bisschen Unterstützung haben Um einfach coole Sachen umsetzen zu können Oh, 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 da kommt jemand drüber zu mir? Ja, ich seh den Aber noch hat keiner ne Bombe Hallo? Ich hab auf jeden Fall schon mal Ich werd geschlagen Hilf mir, Palette Ja, juck Ey, hier Die versuchen einen manchmal so runterzuschlagen Ja, das macht er ja auch hier grade Mal gucken, kriegt einer von uns die Bombe Das wär natürlich mal wieder typisch Ja, im letzten Moment bekommt irgendeiner von uns die Kackbombe Oh, oh, ich hör sie Ich weiß nicht, ob hier einer hochkommt Ja, ne, unter dir wahrscheinlich Ah, da unten, der läuft da unten längs, ey Ja, man darf nicht unten sein Das ist wirklich der Tod Nein! Was denn? Aua, mich hat einer runtergeschubst Oh Ja, dann stell nach oben Ja, ja Hier noch keiner Der schreibt, sorry Ja, du warst, hast du miese Stück Ja Oh, ja Ich hab wen runtergeschmissen What? Der schwebt Alles klar Genau, ja Okay So, jetzt wird hier einer die Bombe bekommen Ah, da hinten Sehr nice Oh, ja, ne, mir war einer Boah, bitte komm nicht wieder hoch Ist er noch da unten? Ja, ist er Okay, ich glaub wir haben's Oh, ne, einer wird bestimmt noch gepickt 40 Sekunden, ja Das dauert noch ein bisschen Palette, bitte leb, leb deinen Traum Ja, ich probier's Oh, ja Ne, das war's Das war's, wir haben's Leb deinen Traum, denn er wird wahr Yeah Ich hab die erste, Leute Äh, 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 äh Aua, ich hab nen Schaden bekommen Oh, freu mich auf die Millionen Oh, okay Okay, okay Wir sind wieder im Dorn Aber Ja Die Lichter gehen aus Geh ganz schnell nach oben Auf, auf ein Bett Okay Und sneak dich dahin Okay Du bekommst jetzt auch ne Waffe Und dann kannst du Leute Damit klatschen Und, ähm, ja Ist sehr gefährlich Sehr, sehr Gefährlich, ja Man sollte vielleicht auch mal Irgendwie da hochgehen Gott Oh nein Oh Gott Hab ich ne Pistole? What? Ich hab, ich hab nen Katana Ich hab ne Pistole Okay, ich bleib einfach hier oben Ich werd jetzt gleich irgendwen töten Sobald ich irgendwas sehe Bitte Zeig's mir Oh Gott Zeig mir noch was Oh jetzt Oh Ich hab wen gesehen Und ich schieß ihn an Oh Gott Ich lade nach Hilfe Ich hab keinen Schuss mehr Oh wow Das wusste ich Oh ja Wo bist du denn? Sag ich dir nicht, bitte lass mich Ich hör die Schnitzeln Das bist aber nicht du, oder? Ne, ne, ich bin der mit dem Katana Ich seh da Blut auch überall Ich möcht eigentlich auch gar nicht da drauf gehen Ne, nein, nein, genau Man, man, man kämmt einfach am ehesten Vor allem ich jetzt, der keine Waffe mehr hat Hilfe Ich hab so Angst Oh oh Geht's dir noch gut? Hier liegt jemand, der tot ist Oh ja, dann kriegt er drunter und versteckt dich Ich seh auch da hinten wieder Blutspritzen Höh Hörst du mal, hörst du Ne Ich bin runtergefallen Ich seh wen Oh Gott Ich Oh nein, oh nein Da sind drei Leute Da sind drei Leute Ich werd abgeschnetzelt Oh Gott, oh Gott Du bist tot? Nein, ich sterbe aber gerade Hilf mir Nein, ich versuch dir zu helfen Wo bist du? Oh Gott, das bringt nichts Das bringt einfach nichts Ich muss rennen Ich hab nur 60 Leben Oh Gott, danke Ja Es sind mindestens drei Leute gestorben Wenn nicht sogar noch mehr Hätte dich gehabt Oh, wo hast du das? Nein, ich war weit weg Okay, okay Warte einfach Wie warte einfach? Manche Steine Fallen nach unten Ja Sinken ins Wasser Und manche nicht Soll ich einfach auf... Was? Wir sind da drauf? Okay, das kenn ich nicht Ja, was soll ich denn machen? Keine Ahnung Warten Wie warten? Hä? Oh Gott Die Steine zerbröseln? Mich überschlägt hier jemand Ich bin ins Wasser ge... Ja, ich bin tot Oh nein Nicht der Hübsche Das ist einfach... Honigwarben Ist das Honig... Ist das Honigwarben? Ich hätte einfach die ganze Zeit rumspringen sollen Stattdessen... Nein, nein, ich kämp' Ich kämp' auch Ist alles gut Ja, alles klar Ja, alles klar Leute Oh Mann Ich füll' doch das Geld Oh Mann Oh Oh Oh, Stämmen aber auch schon wieder einige Ja, ja, ja Stämmen gefüllt alle Aktuell... Ja, okay Der ist auch down Oh, okay Oh, okay Oh, okay Die schleppen sich immer Ja, ja, die genießen das richtig Drei Leute noch am Leben Da bröselt es Ich verstehe auch... Bröselt es random? Drei Leute, okay Zwei Leute Oh, als ob Oder? No way Ja Er ist echt raus Ja, wieder so'n Tag-Game Jetzt sind doch noch zwei da Ja Stell dir vor, du machst heiße Kartoffeln mit einer Person Na ja, er muss jetzt mit dem Stock jemanden schlagen und dann hat der den Stock Aber er wartet einfach ab Ist ja mega smart Wie mit dem Schweif Nur andersrum Oh Jetzt hat er... Und jetzt... Er wartet nicht Hä? Aber oben rechts nicht die Sekunden Ja, genau, genau, genau 25 Sekunden noch Ei, ach so Dieses goldene... Ah, ja, ja, ja Na, er an der Stern Ah, ja, sehr gut Er wartet, er wartet und... Chillt sein Leben Er hat aber... Boah, das ist eine wirklich gemeine Stelle, die er da hat Der ist sehr blöd Mach doch was Geh doch rüber Oh, nein Als ob der... Oh, er schafft auch nicht Er hat ihn aber gut outplayed Ja, ja, hat er Also hat er gut gemacht Er hätte halt viel früher was machen sollen Oh Da hat er's geschafft Wie viel Geld bekommt er? Na? 24 Millionen Euro Ja, aber... War ne... War ne interessante Runde Der hat auf jeden Fall verdient gewonnen Bin ich auch Das war keiner, der irgendwie schlecht gespielt hat Gut, dann würde ich aber sagen Bewertet sehr gerne das Video Schaut in die Beschreibung Da ist Paluten verlinkt Und... Ja, denkt dran Bei der E-Mail vorbeizuschauen Wenn ihr ein Team haben solltet Oder der absolute Hacker sein solltet Bis Daniel, euer... Buckranual Tschüssi Bis dann Tschüssi Tschüssi Vielen Dank.